Hallöchen Freunde und Willkommen zu einer neuen Folge von They Are Billions und nach dem letzten Angriff ist hier einiges im Argen, aber wir haben uns eigentlich ganz okay gehalten, würde ich mal sagen. Aber wir müssen jetzt natürlich nachliefern wieder. Da kommen wir leider nicht drum rum. Die ganzen schönen Farmen sind hinüber, meine Jagdhütten sind hinüber. Hm. Wo baue ich sie hin? Ich glaube, ich baue hier erstmal kurz zu. Ich weiß ja, dass die hier durchkommen können. Ich könnte das jetzt zumachen. Ich könnte dieses Witzen, Witzen, Wissen allerdings auch einfach für mich nutzen. Und hier eine noch massivere Fortification hinsetzen. Das wäre eine Möglichkeit, würde ich sagen. Aber der muss mir halt was Neues überlegen. So. Was ist denn eigentlich mit diesen Fallen? Ich habe doch diese Traps, habe ich die noch nicht erforscht. Wo ist denn der Woodshop? Woodshop, da ist er doch. Foundry habe ich noch nicht gebaut. Wo ist die Foundry? Ah, da brauche ich so viele Worker für. Das war das Problem. Und dafür brauche ich jetzt erstmal wieder Essen, 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 Essen. Na gut, angeln ist hier nicht mehr, nirgends mehr glaube ich, oder? Aber hier kann ich noch angeln. Da wird auch schon geangelt. Wird auch schon alles weggeangelt, was nicht mit dem Nagel fest ist. Gut. Dann Farmen. 28 hier 42. Hier ist 38. Und ich hier hingehe, 44. Das ist doch nicht schlecht. Damit kann man arbeiten. 28. Hier bräuchte ich auch 28. 20. Ah, hier kommt dann die letzte hin. Was brauche ich denn dafür? Holz wieder. Komm, Schaden. Do it. 20, 20, 20, 20, 16, 28. Das blöde Kraftwerk verfeuert mir immer mein Zeug. So, die meisten Holzdinger können wir gerade mal upgraden. So, was kann ich denn hier eigentlich bauen? Shocktower Executor. Die müsste man halt auch langsamer aufbauen. Dafür brauche ich Workers und Steine. Wenn das hier fertig ist, bauen wir erstmal noch ein neues Steinhäuschen. Oder im Moment, kann ich nicht. Oder kann ich das noch nicht? Wenn mir immer noch Food fehlt. Na gut, dann müssen wir Hunter Cottages bauen. Oh, 17. Das ist nicht schlecht. Hier nochmal 7, 8. 8, 8, 8. 4, ne. Wenn wir hier die 8 noch mit. Kann das hier irgendwo noch bauen, das Zeug. Wirst du richtig, ne? So, hier können wir mal wieder ein Häuschen hinsetzen. Wo? Ich glaube, es hackt. Das denn, wenn es fertig ist. Das finde ich aber frech von euch. So, solange ich hier noch nicht wirklich Türme hinbauen kann, packe ich das Zeug einfach hier hin. Und jetzt wird es langsam voll. Greifen wir jetzt von überall an. Das heißt, ich müsste eigentlich mal wieder einen Ausfallwagen. Wo habe ich denn hier mal eine Ausfallpforte? Hier haben wir eine Ausfallpforte. Hier sind alle Häuser geupgradet. Nee, immer noch nicht. So. Wir gehen mal ein bisschen aufräumen. Hier ist gut was los. Woher kommen die denn mittlerweile alle, ey? Ziemlich viele geworden. Ach, das ist ein Spitter. Bei dem muss man aufpassen. So, Gruppe 1. Seid ihr jetzt wieder? Die Attack-Kaste ist auf Q. Eigentlich war die immer auf A. Bei solchen Spielen. Naja, wurscht. So, während die dann da arbeiten. Was kann ich hier oben? Schöne Sachen bauen. Die Quarry steht. Jetzt kann ich endlich mal eine Foundry bauen. Die ist auch nicht so riesig. Oder habe ich die? Habe ich die irgendwo schon gebaut? Und ich habe es nur verrafft. Ich hoffe es nicht, ey. Das wäre nämlich ein teurer Fehlkauf. Naja, sowas steht hier noch nirgends rum. Das ist gut. So, und dann war... Wie war das mit der Bank? Bank, 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 Bank. Wie groß ist die denn? Sehe ich jetzt nicht. Scheiße. Müssen wir ein bisschen warten. So, die können erstmal alle angezogen werden. Nee, du nicht. Ah, scheiße. Das habe ich nicht mitbekommen. Da sind gerade super viele draufgegangen. Lass mich in Ruhe. Alter, der Splitter ist übel. As hell. Braucht mehr Food schon wieder. Wird einfach nicht besser. Guck mal, hier kann ich doch noch... ...was hinbauen. Oder nicht? Toll, zwölf. Da kann ich mir nichts von kaufen. Naja gut, besser als gar nichts. Der schießt immer auf den Stärksten. Sehr brav. Bei den komischen Harpien muss man auch tierisch aufpassen. Die sind mega schnell. Hier wäre es geil, wenn ich erweitern könnte. Hier ist ja mega viel Zeug. Das wäre ertragreich. So, okay. Wieder von Westen. Ich weiß aber nicht, wo sie denn wirklich reinkommen. Ich mache mal kurz Pause. Weil ich mehr Soldaten möchte. Soldaten und Scharfschützen am besten. Aber erst mal nur Soldaten. Ich glaube, wenn ich weiß, wo sie reinkommen, baue ich auch noch an der Stelle natürlich ein paar Türmchen. Ich lasse die mal hierhin marschieren, weil ich noch nicht weiß, wo es hingeht. Da kann ich dann aber besser reagieren. Kann auch sein, dass sie da reinkommen, aber momentan irgendwie noch nicht so ganz klar. Da kommen sie rein. So, alle Soldaten, die frei verfügbar sind gerade. Bitte mal nach da oben. Ich habe keine Ahnung, wie lange es braucht, diesen Executor zu bauen. Aber ich hoffe nicht so lang. Boah, das wird super heftig gleich. Scheiß Ballista kann er nicht ballern. Kämpft, ihr Narren. Komm schon, Executor. Werd fertig, werd fertig, werd fertig. Die sind schon fast da. Ich muss mich gleich schon wieder zurückziehen. Die hier muss ich aufgeben. Oh man, das habe ich doch gerade erst alles fertig gebaut. Das ist bitter. Einfach bitter. Ich hoffe, dass der Turm ein bisschen was aushält. Das Zeug muss einfach wieder abgebaut werden. Es tut mir leid, aber es geht nicht anders. Hier müssen wir ein zweites Türchen hinpacken. So, was bauen wir noch? Auch von dem Zeug. Und wieder hätte er die Mauern. So. Da sind wir mittlerweile auch noch zwei fertig. Haben wir hier irgendwo noch sinnlos Leute rumstehen? Ne, nur die zwei. Los Leute, ihr müsst das schaffen. Boah, lieber von den Tesla-Towers, ey. Der ist richtig übel. Ich habe nur das Gefühl, der bringt nicht so viel gegen die Fetten. Also ich überlebe es ja, aber es ist halt echt ein nerviges Business, das alles wieder aufzusetzen. Also irgendwo ist hier noch ein Spitter. Da oben ist hier irgendwo ein Spitter. Uiuiui, das sind aber noch ein paar. Aber, naja. Das ist schon ärgerlich, ey. Da steht der Penner. So, das war's. Schon wieder. Wird langsam ein bisschen frustrating. Vor allem, ich komme ja nicht mehr dazu, irgendwas anderes großartig zu bauen. Ich baue ja nur noch den Scheiß wieder auf. Das ist gerade so ein bisschen mein Problem, muss ich sagen. Achso, der ist schon ready wieder. Und wieder das fette Ding da oben hin. Das Problem ist, ich habe mich halt schon so weit quasi vorgewagt. Dass ich jetzt hier quasi aus der Nummer nicht mehr rauskomme aus dem hier. Weil ich habe sonst zu viel negativen Impact auf meine Wirtschaft. Ich muss echt überlegen, wie ich das hier oben gesichert bin. Ich kann nicht mehr rauskomme, richtig. Also, ich kann nicht wieder, ich kann nicht alle fünf Minuten das Zeug hier wieder aufbauen. Das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Da drehe ich irgendwann durch, glaube ich. Komm schon, jetzt werde ich fertig. Ich habe eine ewig Zeit heute. Aber wenigstens habe ich da dann schon mal so einen Executor stehen. Einen wenigstens. Mehr brauche ich ja gar nicht, hoffe ich. Nein, ich werde einen ganzen Haufen von denen brauchen. Was brauche ich denn hier jetzt? Das war wirklich verkackt. Komm schon, ich brauche Holz. Wie auf was spare ich jetzt? Ich brauche Energie, ich brauche Holz, ich brauche Steine. Energie, Holz und Steine. Auf jeden Fall mehr mal von denen bauen. Die sind relativ billig. Das ist alles okay. Die Scharfschützen machen ihre Arbeit, das ist gut zu hören. Und ich muss kontinuierlich, glaube ich, einfach weiter produzieren, Truppen. Hier und da noch eine Windmühle für die Energy. Und nachdem wir dieses Chaos jetzt überstanden haben, gucken wir uns, glaube ich, nächste Folge weiter an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.